Soll ich das denn? Jetzt steht er weg. Jetzt ist er weg. Das ist ein Negativ. Das ist ein Stückchen weggegangen. Halt sich mit ein bisschen fern von den Kräften hier. Das ist ein Rückweiter. Und jetzt ist noch ein bisschen... Geht zurück! Wir wollen noch mal einen Rang, wir filmen weiter. Politier! 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 Stop! Stop! Die Jungs wird gleich weiter spielen. Wir hören gerade durch. Wir hören gerade. Dass Menschen an der anderen Seite der Versammlung geknüppelt werden. Eigentlich muss ich nach Durchsagen nach einer Unterbrechung gemacht, um zu sagen, dass die Versammlungsflächen zusammengeführt werden. Der lautet auf, die Versammlung kommt und alle noch mal vorsichtig machen sollen. Ehrlich, jetzt weiß ich nicht so ganz, was ich sagen soll. Also, es geht gar nicht. Lasst die Leute in Ruhe! Was nicht? Was nicht? Was nicht? Was nicht? Das kann er nicht sein? Sie müssen sonst Stellen auf … Was? Was? Was ist die Polizei? die zweiteilig diese Stadt, der Verwassungsbehörde und der Polizei agieren. Wir lassen kriminalisieren im Vorfeld, ohne dass wir was getan haben. Es liegt absolut eine Provokation vor. Auf unserer Seite. Wir lassen uns das nicht gefallen und wir wollen es hier öffentlich machen. Wir fordern ganz klar, ganz klar die Polizei auch, so verpflichtig zu bereich sein. Wir fordern so kurz, so kurz auf die Bücherinnen und Gegensteller zu machen. Wir können, wir brauchen bringen die Anwendung. Wir brauchen bringen die Anwendung. Poliziere! Assassini! Assassini! Poliziere! Assassini! Poliziere! Assassini! Polizei! Assasidores! Deutsche Polizisten! Schützen die Faschisten! Deutsche Polizisten! Schützen die Faschisten! Wir müssen die Faschisten! Wir müssen die Faschisten! Wir müssen die Faschisten! Bitte, bitte, lass dich die Demokranis an! Bitte, die Demokranis an! Bitte, diese Menschen bewegen! Ich weiß nicht, was ich denn zu sagen kann. Ich versuch das Ganze jetzt ehrlich moderativ einzeugen, denn der Mensch ist direkt neben dem Fahrer aus. Ich werde jetzt keine bürgische Musik und auch keine Bürger, die Musik spielen lassen, während es hier so eine Situation gibt. Das ist nicht der Zeitpunkt für Musik, das ist der Zeitpunkt dafür, von seinem demokratischen Recht Gebrauch zu machen. Wir wussten im Vorfeld, wir wussten im Vorfeld die Versammlungsteine, die wir haben werden. Wir haben das im Vorfeld zur Hand gezeigt, wir haben das im Vorfeld zur Hand gemeldet, wir haben Bescheid gesagt. Wir haben die Versammlung in Ruhe friedlich angemeldet. Wir haben uns in Kooperationsgesprächen mit ihnen, wir haben mit der Behörde und Polizei gesammengesessen. Wir haben das alles aufgehoben, um allen Menschen einen friedlichen, gesunden und ruhigen Demaumlauf zu ermöglichen. Diesen Menschen tun wir beim ersten Übenzeit. Wir können euch unter absoluten Solidarität sicher sein. Absolutes Solidarität. Wir können gleich noch. Wir brauchen heute eine medizinische Unterstützung, jede Person, die Helden kann es heute willkommen. Wir machen neben dem Lauti jetzt ein kleines Lager für verletzte Personen auch. Das ist absolut unmöglich. Blut! Blut! Blut an eurem Herrn! Blut! 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 Wir alle, ich frage, wie Sólohr und alle, die Leute, ihr Brutto, Ohne Helm und ohne Kürtel! Ohne Helm und ohne Kürtel! Ohne Helm und ohne Kürtel sein Leben! Was macht der Hund in der Demo? Gib mir eine Orte vor uns gar nicht! 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 Wenn man nicht wäscht, wenn die Polizisten stehen, wenn die Musik aus einer Demo wird. Versichüsse Türen, die geöffneten Sachen, Amazonin, das nicht bedeutet auch, dass der Menschen an die Kirche verantwortlich ist. Antifaschismus! Raus! 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 Alle Menschen, die gerade irgendwo einen Geflogen haben, mit jedem Gott bedient ihn, lausend ihn ja nicht! Raus! 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 Ra Ein Recht und Partizipropagand, was es gibt! Ein Recht und Partizipropagand, was es gibt! Aber alle Menschen sollen neue Frauen in Hause kommen. Ich hoffe, ich hoffe entständig, dass es nicht zu noch mehr Situationen kommt. Aber passt auf euch auf, macht Platz, weiter neben uns. Gebt uns alle bitte einen Moment der Ruhe, trinkt einen Schluck Wasser, raus und Zigarette, essen Apfel. Denkt dran, wir alle sind hier kalt, ihr seid nicht alleine. Vielen Dank! Hust! 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 H